Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister im Islam und zwar hat folgt uns meiner Rechte den Bruder Ahmad Salamu alaikum es war warum ich den Bruder Ahmad genommen habe das will ich euch kurz erklären bevor ich überhaupt das Thema anspreche und zwar habe ich den Bruder Ahmad aus dem Grund genommen der Bruder Ahmad ist bekannt man kennt ihn in München sein Gesicht ist bekannt er ist auch ab und zu in den Medien vertreten er ist kein unbekanntes Blatt deshalb habe ich persönlich den Bruder Ahmad genommen um einfach mal seine Meinung zu dem Thema zu hören was ich heute praktisch vorbereitet habe und zwar meine lieben Geschwister es geht heute um Farben Farben im Islam jetzt kann man sich fragen warum Farben weshalb warum weil ich spontan auf die Idee gekommen bin weil das zu unserem Alltag gehört und zwar jeder Mensch trägt Kleidung diese Kleidung hat natürlich verschiedene Farben deshalb haben wir jetzt mal die Farben genommen und sprechen das spezifisch an genau das ist der Grund und ich würde auch sofort anfangen mit der ersten Farbe und zwar die Farbe Schwarz jetzt zu unserem Bruder Ahmad lieber Bruder Ahmad wir haben ja einiges vorbereitet und zwar gibt es viele Geschwister die die Farbe Schwarz tragen die die Farbe Schwarz mögen sei es Pullover, Hose, Jacke je nachdem im Alltag trägt man gerne Schwarz ich glaube es ist bekannt es ist eine neutrale Farbe und genau folgendes Bruder Ahmad und zwar es gibt einen Hadith vom Propheten der überliefert wurde von Javir der sagte ich sah den Gesandten Allah am Tag der Eroberung von Mekka hier einen schwarzen Turban trug und dies wurde überliefert in Muslim dann gibt es erwähne ich jetzt mal noch einen Hadith natürlich gibt es mehrere aber wir wollen das Ganze etwas kurz fassen deshalb werde ich noch einen Hadith erwähnen und zwar was mir persönlich auch gefallen hat das ist von Mkhalid Mkhalid die sagte dass der Prophet wurden zwei Kleidungsstücke gebracht unter denen ein kleines schwarzes Kleidungsstück ja und er sagte der Prophet sagte es wem denkt ihr sollen wir dies geben und die Leute blieben erstmal still ja da sagte er bringt mir Mkhalid und natürlich wurde sie zu ihm gebracht ja er nahm das Kleidungsstück in seine Hand legte es auf sie und sagte mögest du lange leben und es dementsprechend abtragen ja und darauf gab es ein grünes und ein gelbes Muster genau das war ein zwei Überlieferungen natürlich gibt es mehrere und jetzt meine Frage an den Bruder Ahmad was sagt der Islam also was sagen die Gewährten zu der Farbe schwarz oder Ahmad ist es Männern und Frauen erlaubt diese Farbe zu tragen ist es vielleicht sogar erwünscht ist es nicht erwünscht ja und wie ist es wenn Menschen trauern weil jemand gestorben ist dann trinkt man ja hier in dem Land in Deutschland wo wir leben bekanntlich die Farbe schwarz das deshalb würde ich dich gerne fragen was sagt der Islam dazu Bruder Ahmad und wie sehen das die Gelehrten Alhamdulillahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatullahi 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 wa barakatuh warum überhaupt farben wenn ein Nichtmusiker uns jetzt zuhört und er fragt und sagt ne die Redung über Religion über Theologie und sprichend über Farben was hat einfach Farbe für einen Antuss im Leben eines Menschen die Frage nach Farbe ist die Frage nach Macht viele Politiker benutzen bestimmte Farben um bestimmte Signale zu setzen wir wissen Farbfrauscher wir haben die eine und dieselbe Frau zwei verschiedene Farben tragen lassen in einer Farbe ist sie nicht aufgefallen in der anderen Farbe war sie attraktiv die Art und Weise wie wir die Welt wahrnehmen ist durch Farben zu erkennen wir wissen die Farbe ist von Allah im Koran erwähnt Allah beschreibt sich mit einer Farbe wir haben einen Vers im Koran und da sagt Allah Jallad al-Buch im Surat al-Baqarah er sagt sebrat Allah wa man ahsam min Allah die sebrat er sagt und die Farbe Allahs wörtwörtlich sebrat sabat wie man eine Sache färbt wie man eine Sache eine Farbe gibt weil Farbe ist auch Identität Farbe bedeutet Emotionen Farbe bedeutet Standpunkt der Vers sagt sebratullah er sagt die Farbe Allahs wenn wir die Übersetzung dieses Verses gucken in Surat al-Baqarah die sagen die Religion Allahs aber im Vers steht nicht DIN Allah Allah will uns nicht das Wort DIN Allah will uns das Wort Sibra aber übersetzt wird es als DIN warum? weil die Frage nach Farbe die Frage nach Lebenseinstellung ist so wie die Frage nach Religion eine Frage nach Lebenseinstellung ist wie ist ein Leben genau das ist mit der Farbe deswegen haben wir so viel über Farben zu sprechen der Prophet salamahu alayhi wa sallam das heißt mal grundsätzlich über Farben was Farben mit sich bringen jetzt konkret in Bezug auf die Farbe schwarz die Farbe schwarz wurde von unserem Prophet salamahu alayhi wa sallam oft gewählt er hat oft diese Farbe genommen er hat sich damit gekleidet er hat viele Leute gesehen die sich gekleidet haben und er hat das geduldet wir haben in Bezug auf Farbe schwarz verkleidet überhaupt keine Gewinnerung dass jemand vorausgesetzt hat wir haben Prinzipien und wenn wir diese Prinzipien eingehalten sind ist das kein Problem ein Beispiel für ein Prinzip gibt es mit vielen Prinzipien eigentlich die ich jetzt erwähnen würde ist zum Beispiel die Frage der Meruwa was ist Meruwa? Meruwa ist die Frage von Würde Würdevolles auftreten Ehrenhaftes auftreten hier übersetzt wird das Wort Meruwa mit Männliches auftreten ein Mann zu sein aber das ist eigentlich die Würdevolles auftreten ein Beispiel Imam Shafi Ragnatullahi sagte ich werde niemals ein Hemd tragen was gekürzt ist ich werde ich nie tragen weil es nur wie meine Meruwa ist es ist entgüdigend für einen Alem für einen Mann des Wissens dass er ein Hemd kriegt das bisher ist für die damalige Zeit für die damalige Geburt für die damalige Situation war das das Empfinden der Menschen dass es für einen Alem nicht angemessen ist das ist übrigens ein Alem singt und er würde mit einer Paktfusion kommen das wäre für uns unüblich wenn wir jemanden in der Limba singt und er würde so das ist gegen die Meruwa von einem Imav von einem von einem von einem von einem von einem gelehrten von einem wissenschaftlichen Mann und deswegen das Prinzip der Meruwa ist wichtig das Prinzip von Sattel dein Körper muss bedeckt werden du kannst die schönste Farbe graben aber wenn in dem Moment wo dein Körper nicht bedeckt ist spielt die Farbe keine Rolle Ad Thakwa Ad Thakwa Ad Thakwa Ad Thakwa Ad Thakwa ist hier und nicht in deinen Klamotten in deinen Farben die Traditionen spielen eine Rolle wie sieht man eine Sache wie wie ist die Perspektive bezüglich in Afghanistan hat man ein anderes Farbegefühl gegenüber den Menschen in Deutschland eine Frau hat ein anderes Gefühl gegenüber Farben als ein Mann junge Menschen gegenüber alten Menschen ein Mann mit Bildung hat andere Gefühle das heißt Farben sind sehr relativ sehr sehr relativ wie Farbe wie du siehst dein Handy jetzt gerade als Beispiel dein Handy bei deinem Handy ist das so dass du meinst es ist die Frage nach mit deinem Handy mein Handy Farben sind immer relativ wie siehst du die Farbe du siehst die Farbe immer nur so wie das Licht dir erlaubt ist zu dehnen während wir nicht in diesem Lichtverhältnis wie jetzt würde überall nur rotes Licht sein die Farbe von deinem Handy würde sich ändern als wäre kein schwarzes Handy es würde vielleicht verschwinden wenn eine Farbe die wenig Behinder von deinem Augen erkennen würde das Licht erlaubt uns die Farbe so zu sehen wie es ist im Bunde genommen und seine Augen freu an uns wir sind über Farbe blau ist nicht mehr blau wenn wir nur noch gelbes Licht vor uns haben sie haben eine ganz andere Farbe das heißt es kommt darauf an welches Lichtverhältnis ist dass wir über Farbe sprechen und das wusste unser Prophet und das wusste und das wusste unser Prophet und das wusste weil in Farben steckt Wunder in Farben steckt Genialität um zusammen wieder zurück zu kommen zu der Frage schwarz 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 vielen Dank da wir jetzt schon bei der Farbe schwarz sind würde ich gerne eine Frage anknüpfen und zwar folgendes wie ist es wenn man sich die Haare seien es Kopfhaare seien es Barthaare mit der Farbe schwarz färben möchte was sagen die Gelehrten dazu prinzipiell unterscheiden wie wir sagen färben ist die Färben erlaubt oder nicht wir haben die Meinung bei den Gelehrten die sagen das Färben von Haaren ist mal gut es ist empfehlenswert es ist sehr sehr gut einige Gelehrte erschreiten nicht und weil sie sagen es ist Sona die meisten sagen es ist keine Sona weil sie keine hundertprozentige Bestätigung haben dass wir sagen können also ein unumstrittenes Beweis haben dass wir sagen und Haare färben Abfärben ist unbedingt ein Sona oder kein Sona aber wir wissen Seidina Abu Bakarit und Seidina Omar die haben ihre Haare gefärbt und deswegen ist es in Bezug auf welche Farbe in Bezug auf die Farbe schwarz gibt es verschiedene Maulungen du wirst alle alle wirst du finden du wirst sehen es ist einige werden sagen es ist aber wenn wir genau auf die Farbe schwarz blicken Farbe schwarz wenn ein Mujahid der situations entsprechen jemand der im Dschihad ist so eine Person hat die Aufgabe mit Kraft zu sein jung und kräftig ausstrahlung zu haben damit er mit seinen Augen seinem Gegner im Auge begegnen kann und dieser Moment ist für diese Menschen es gibt wieder seine damischen schwarzen und in Bezug auf Eheleute wenn eine Ehefrau für die Ehemann oder eine Ehemann seine Ehefrau man befindet sich die Hanna-Fittische Rechtsschule sagt meistens nein aber Imam Abu Yusuf einer der großen Berge in der Hanna-Fittische Rechtsschule er sagt ja man kann es tun ohne irgendwelche Bedenken dann haben wir ein wichtiges Thema was wir nicht vergessen dürfen ist das Thema mit Bewerbungsgeschlecht dann ist es nicht ein weil es betrug ist und dann muss Allah sagt man und derjenige der betrübt der gehört nichts zu werden wenn du zum Beispiel einen Antrag machst für eine Frau und du bist ein alter Mann und du bist 65 Jahre 60 Jahre alt und du machst deine Arsch schwarz damit du als ein Jünger überkommst und man sieht deine Falten nicht unbedingt und deine Haare hast du gefert und du täuscht die Frau oder andersrum die Frau wie Mann egal in welche Richtung indem du möchtest es täuschen und nicht einen Lebensumstand eine Situation die es erlauben würde und dann sagt ihr es ist rasch und es ist getrug und es passt so eine Nuss in die Sprache betrübe und dann ist das auch ein bisschen mögliche danke erstmal dafür Bruder Ahmad die Stabe schwarz hat uns der Bruder Ahmad gerade bestmöglich erläutert und ich würde auch direkt Angriffen weiter machen Bruder Ahmad wenn das Video ok ist mit der Farbe Weiß Ja, und zwar ist Weiß ebenfalls eine Farbe, die von vielen Muslimen getragen wird, sei es, das ist bekannt auf der ganzen Welt, dass Muslime ein weißes Jalabi ertragen, weiße... Übersetzt Jalabi für Nichtmuslime dann vielleicht? Gewand, was von oben bis zu den Fußkröcheln, bis über den Fußkröcheln praktisch alles bedeckt. Und das ist etwas, worin die Muslime sich gerne zeigen, gerne darin ihre Gebete verrichten. Genau, das ist sozusagen Jalabi ertragen, Fukir und und und. Also islamische Kleidung, sage ich jetzt mal. Und deshalb tragen viele Menschen auch gerne Weiß. Wie gesagt, seien es Hosen, Pullover, Jalabi ertragen, Fukir, Jacken und und und. Und ja, und da würde ich auch gerne, Bruder Ahmad, einen Hadith erwähnen oder vielleicht zwei Hadithe und mich auch da etwas kurz fassen. Und zwar, ich würde jetzt gerne den Hadith nehmen vom Propheten Salomahu alaihi wa sallaf, der sagte, fragt eure weiße Kleidung, denn dies ist die Beste von eurer Kleidung und wickelt eure Toten darin ein. Dieser Hadith wurde auch überliefert bei Abu Daboud und Hirmedi und wurde von Sheikh al-Bani, rahmahullah, als sahib und klassifiziert. Ja, dann, das ist auch die empfohlene Farbe für den Ikram der Männer, also für die Katsch. Das ist, das ist für die Leute, die das nicht wissen, das ist eine Pflicht in Islam, in Pilgerfahrt, genau. Und da trägt man die Farbe Weiß. Da würde ich vielleicht noch einen Hadith erwähnen, Jula Ahmad, und zwar, Der Prophet Salomahu alaihi wa sallam, ja, wurde gesehen. Zur Linken des Propheten und zu seiner Rechten waren zwei Männer, ja, die weiße Kleidung trugen, ja, die zuvor niemals gesehen wurden. Diese zwei Männer waren Shibir und Mikael, ja, wie Hafiz bin Hajar in Al-Fatth erwähnte. Ja, das waren jetzt mal zwei Überlieferungen zu der Farbe Weiß, warum ich praktisch Farbe Weiß nehme. Und da wäre meine Frage in der Achtung, was sagt der Islam denn zu der weißen Farbe? Ist es Männer und Frauen gestattet, diese Kleidung zu tragen? Ist es vielleicht sogar erwünscht, empfohlen oder verblühen, ist es vielleicht sogar haram, ja? Ja, und dazu würde ich gerne deine Meinung hören. Weiß ist ein Phänomen, in der Farbe Weiß erkennen viele, viele Phänomene. Eines der richtigen Punkte, die wir erwähnen sollten, ist, wir wissen, von Lokmaner Hakim. Lokmaner Hakim ist eine Person, einige sagen, er war ein Prophet, einige sagen, er war ein Asket, ein großer Gelehrter. Man hat sich über Lokmaner lustig gemacht, man hat zu ihm gesagt, ja, Lokmaner, du schaust aber komisch aus. Einige sagen, weil er eine schwarze Hautfarbe hatte, andere sagen, weil er grühe, weiße Haare hatte. Und darauf hat Lokmaner Hakim das sehr schönes geantwortet, als die Leute sich lustig über ihn gemacht haben. Er hat gesagt, Machst du dich gerade lustig über den, der gezeichnet wurde, erschaffen wurde von Allah? Oder über den, der ihn gezeichnet hat? Über den gezeichneten, über den gezeichneten. Über wen machst du dich lustig? Wenn du dich über mein Aussehen lustig machst. Ich finde es schade, dass viele Leute vor der weißen Hafer Angst haben und sagen, nein, ich muss es werden und alles. Sayyidina Ibrahim, der steht im Yubatat, der im Amalik, ich täusche, dass Sayyidina Ibrahim, alaihi wa sallam, Dua gemacht hat, ja, Allah, gib mir weiße Haare. Ja, Allah, gib mir weiße Haare. Wir wissen, auf der anderen Seite, als der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Mecca al-Umata hat, ein Mann, der hieß Abu Uhafa, Er kam zu unserem Prophet, sallallahu alaihi wa sallam und er hatte sehr, sehr schneeweiße Haare. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte zu mir, ich werde ein Ende passen. Bringt Frische rein, bringt Lebenskraft rein, schenkt ihm Fabeln. Weil wir, Usulie, wir müssen Lebensmotivation haben und wir müssen Kraft vollstrahlen. Wir müssen zeigen, dass wir dieses Leben, dieses Leben ist ein Leerner. Wir nehmen es an, wie Allah es gegeben hat. Deswegen hat er gesagt, gib ihm Farbe, Abu Uhafa, gib ihm Farbe, damit er Farbe bekommen wird. Auf der anderen Seite ist die Farbe weiß, eine Farbe der Hikmah. Wir haben eine Überlieferung von unserem Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, da heißt es, dass jedes weiße Haare im Yawm al-Qiyama, nur sein Yawm al-Qiyama ist. Wissenschaftlich, wenn wir schauen auf unsere gelesen, gelesen, eben in Haithan. Und in Haithan und später bei seiner Müsam, sie haben beide Belüsen. Der weiße Strahl ist der Figur. Was, warum? Warum, Ahtnaz, oder? Und der weiße Farbe, die gibt es von allen Farben. Im Geist sind alle Farben. Kannst du uns das erläutern, wie das die Beine ist? Wenn du einen weißen Lichtstrahl, das kannst du selber beobachten, wenn du einen weißen Strahl nehmen würdest und würdest ihn auf ein Glas Wasser, würdest du ihn strahlen, automatisch findet das, was abkühlt davon, und der Wach ein Regenbogen ergeben wird. Vielleicht ist das, was man beobachtet, dieses Regenbogen erzeugt. Es ist nur ein weißer Strahl, aber der wird durch dieses Glas Wasser, wird er aufgespalten. Und in dieser Farbe, in der anderen Farben, das zeigt uns wissenschaftlich, dass in der Farbe weiß alle Farben drin sind. Deswegen hat der Prophet Salas Baru gesagt, die beste Farbe ist die Farbe weiß. Warum? Alle Farben drin sind. Und vielleicht noch eine wichtige Angelegenheit, die in der Farbe weiß zu verliehen ist. Es gibt ja den Iktilaf bei den Gelehrten. Ist die beste Farbe die Farbe grün oder die Farbe weiß? Wir haben hier den Iktilaf, was der Prophet Salallahu aleyhi wa sallam sagte. Die erste Farbe, das menschliche Auge, nachdem du in der Früh aufgewacht bist, die erste Farbe, die dein Auge erkennen kann, ist die Farbe grün. Die letzte Farbe, die dein Auge erkennen kann, bevor du schlafen wirst, ist die Farbe grün. Der Prophet Salam ist der erste gewesen im Mopap und Status und der letzte gewesen in der Zeit. So wie die Farbe grün, das erste ist, was du sehen kannst. Wir können so und so argumentieren mit den Farben und beides sind sie schön. Beides ist es wunderbar mit den Farben. Wie ist das mit den Farben? Die Bibelologie der Iktilaf. Farbe, Horschung, Elim und Kulama und die Gelehrten. Und letztendlich kommen wir zu dem Verschluss, in Bezug auf das Tragen von Klamoffeln, sagen die Gelehrten, weil ich eben die Farbe weiß, alle Farben in sich habe. Und das wissen wir seit Ebene Haithaam. Rahmatullahi, im Großen Ebene Haithaam. Und Isaac Newton, den europäisch-westlich-Gelehrten-Wissenschaften haben. Deswegen ist das die beste Farbe, sagen wir, die Gelehrten. Es hat mehrere Bibelologie. Wir können auch sagen, die Farbe weiß ist die erste Farbe in dieser Zeit, wo es nicht sauber ist. Sauberkeit ist für uns im Frieden sehr, sehr wichtig. Das heißt, ab der Fahra Schatten und Umar. Reinheit und Sauberheit ist die Hälfte des grauen Lufts. Nitz und Umar heißt das Unibu. Und eine andere Überlieferung ist ein Teil des Glaubens. Und die Fahra erkennt sie am besten in der Farbe weiß. Weil wenn es schmutzig ist, die Farbe schwarz ist, die typische Farbe. Sie versteckt den Schmutz. Das erkennt man nicht so schnell. Aber die Farbe weiß ist die färreliche Farbe. Sie zeigt dir sofort, es ist nicht sauber. Mach dich sauber. Sei sauber. Geh in die Reinheit. In die Jamal. Damit nicht, wenn du neben jemandem bietest, er seine Nase kratzen muss, weil es unangenehm mit neben mir zu weg läuft. Das heißt, grundsätzlich an der Farbe weiß ist nichts auszusetzen. Es erlaubt sich zu tragen. Daran ist nichts Falsches. Wenn die Prinzipien nicht bestört werden, zum Beispiel wenn es politisch gibt, eine Ideologie wird. Und wenn wir in einem Jahrzehnten haben damals die Farbe O und in einem Kreis diesen weißen oder schwarzen Hakenkreuz. Wenn es die Ideologie instrumentalisiert wird, dann wollen wir uns nicht im Krieg instrumentalisieren lassen. Wir nehmen Abstand. Wir hatten die Zahlen. Das ist jetzt nicht nur ein Argument. Wir haben diese Zeit gerade zur Zeit der Abassiden. Zur Zeit der Umarjaten. Sie haben eine Farbe genommen als Staatsfarbe. Und diese Herrschaftssysteme waren nicht immer gerecht. Sie waren nicht immer gerecht. Zum Beispiel das Umayyadische Reich. War das Reich, die nicht Arabi haben. Sie haben sehr viel Unterdrückung gemacht. Dann gegenüber nicht Arabi. Wir haben gesagt, Araber sind extra. Und Ajami ist extra. Nicht Arabi ist extra. Sie haben von den Leuten extra Steuern genommen. Extra Geld genommen. Nur weil sie kein Arabi haben. Und 100 Jahre haben die Umayyaden gegibt. Es gibt Ausnahmen. Wir haben Umariknab und Aziz. Und einige andere Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen. Wenn wir die Bilanz machen. Das Umayyadische Reich war nicht zu vergleichen mit Hulapai-Rosche-Hini. Mit dem Tierrechtsbereit der Kukai-Rosche. Also die Farbe Weiß hat die gesegnete Farbe. Aber aus allen Perspektiven auch. Vielen Dank dafür, Guter Akbar. Die weiße Farbe wurde jetzt auch erläutert von unserem Guter Akbar. Und ich würde direkt weitermachen, Guter Akbar. Und zwar hatten wir jetzt die schwarze Farbe. Wir hatten die weiße Farbe. Jetzt gibt es die Farbe, die mir persönlich auch gefällt. Und zwar, das ist die Farbe Grün. Oder Akbar? Die grüne Farbe in Islam. Dafür habe ich jetzt auch einen Hadith. Damit ich mich kurz fasse. Und zwar, ein Sahaba, Rabi Allah, sah dem Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, zwei glüge Kleidungsstücke trafen. Dieser Hadith überlieferte Tirmidhi, beispielsweise, und die Serie, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das ist ein Hadith, was der Prophet in zwei glüge Kleidungsstücke gesehen würde. Und jetzt war meine Frage, Guter Akbar. Was sagt der Islam, was sagen die Gelehrten des Islams zu der Farbe Grün? Und wie auch bei den Fragen davor, würde mich interessieren, ist es erlaubt, Männern, wie auch Frauen, diese Farbe zu tragen? Ist es vielleicht sogar Vergnügen? Haram, Makrur? Was sagt der Islam dazu? Wenn die Prinzipien nicht verletzt werden, wie gesagt, es sind ein Maßstab, die Prinzipien. Wenn diese Prinzipien nicht verletzt werden, mein Körper ist bewegt, ich werde politisch nicht instrumentalisiert, und so weiter, die Muruwa-Frage, all diese Linien, wenn das alles stattdessen wird. Und es gibt viele Vertrauen, in einem Land, wo eine bestimmte Farbe ein Luxusartikel ist, und wir nicht Leute sind, die den Luxus anbrachen. Wir wollen nicht uns als reiche Menschen darstellen. Es gibt keine, wo wir Weltreich sind, aber wir wollen die Leute nicht unter die Zeit kommen, wir sind die reichesten und geraten. Wir sind Muslime, wir leben in Demut. Die Demut ist unser Maßstab. Im Grunde, wenn ich mir die Farbe geliehen will, ist sie gesegnet. Allah-Sekrikaniker, die immer war, hat gesagt, wie dem Wort der Überlieferung meistens nicht, aber in der Überlieferung liegt das Verständnis der Sahabah. Die Sahabah haben es so vom Propheten, salallahu alaihi wa sallam, verstanden, dass die grüne Farbe am meisten liegt. Die grüne Farbe ist eine gesegnete Farbe. Ich habe schon vorhin gesagt, dass allein von der Forschung her, hat man gesehen, dass es das letzte ist, was wir erkennen wollen. Und das letzte ist, dass wo wir erwähnen. Die grüne Farbe ist die Farbe, die wir in Medina verobachten, wenn Allah uns segnet damit, dass wir sein Haus besuchen dürfen. Das erste, was wir sehen, wenn wir von der Ferne kommen, ich hatte noch nicht das Glück, dass ich dort bin, oder war. Inshallah, wenn ich Ihnen an Bord sein kann, aber von den ganzen Fotos, die ich gesehen habe, das erste, was die Leute immer zeigen, ist dieser Weg, und sie sehen das blühen, die man rennt. Und die sehen das, wenn dein Herz gehört schon in der Moschee. Und in dem Moment hast du dein Herz schon längst geschenkt. Du hast ein Geschenk in mein Herz hier. Das Herz wird bleiben. Nach Unheil gehst du zurück. Du gehst zurück in deine Stadt, woher du auch immer kommst. Aber dein Herz lässt in der Moschee. Und das erste, was dein Herz erobert hat, war dieses Grün, das Herz. Das heißt, grundsätzlich besteht natürlich kein Problem, die Farbe Grün zu tragen, zu Männer, so wie auch Frauen. Im Gegenteil, es ist gut, es ist segens. Wir haben Persönlichkeiten im Koran, die wurden mit der Farbe Grün benannt. Wir wissen von unserem Propheten, er hat alles Negative abgeliefert. Alles Schlechte hat er abgeliefert. Zum Beispiel, wenn wir einen Leuten gefragt haben, was ist das für ein Weg, was ist das für ein Weg, da haben die gesagt, wir nehmen diesen Weg, der Weg der Verderbnis, der Erlaub, den Weg der Irre gehenden, wie zu nennen wir diesen Pfad der Propheten? Nein, nein. Ja, natürlich nicht so. Ab sofort nennen wir ihn den Weg der Medaia, der Rechtstaat. Eine Frau, sie kommt, sie sagt, mein Name ist Schabilla. Er sagt, nein, da darf ich sein, ihr Name. Nicht schulde Namen, positive Botschaften. Wir sind Menschen, die verändern Namen, wir verändern Inhalt, wir verändern Herzen, egal in welcher Richtung man gibt, aber wir glauben, wir haben auch im Namen. Imam ist nur im Halal, nur. Deswegen benötigen wir Khidr. Der Name von Khidr ist Grün. Wir haben diese Persönlichkeit so gelangt. Warum? Weil dann im Seelstand. Kommt. Das war jetzt die kühle Farbe. Jetzt haben wir drei Farben durchgebracht. Das war die schwarze, die weiße, die kühle. Jetzt kommen wir zu der letzten Farbe, die ich habe. Also praktisch die letzte, Bruder Ahmad. Ich hoffe, das ist kein Problem für den Jawa. Und zwar geht es als letztes um die Farbe rot, liebe Geschwister. Die Farbe rot, wenn man mich persönlich fliegt, ist eine schöne Farbe, eine kräftige Farbe, die auch viel aussagt. Und über die Farbe rot gibt es viele Meinungen. Und zwar gibt es Meinungen, es ist erlaubt, es ist nicht erlaubt. Aber darfst du überhaupt nicht tragen, wenn das Kleidungsstück komplett rot ist. Dann gibt es natürlich auch andere Meinungen, wenn das Kleidungsstück rot ist. Dass es aber eine andere Farbe enthalten ist. Dass es erlaubt sein und so weiter und so fort. Aber Uwe Ahmed, gleich wirst du uns das in Schale erläutern. Ich habe mir natürlich auch für die Farbe rot ein, zwei Hadithe. Da gab es zahlreiche Hadithe. Aber ich habe mir jetzt mal zwei rausgepingt, sage ich jetzt. Und zwar das ganz goldene. Abdullah bin Ammar, der sagte, Ein Mann, der zwei rote Kleidungsstücke trug, kam zum Propheten, sallallahu aleyhi wa sallam, vorbei, und grüßte ihn mit dem Salam. Doch der Prophet, sallallahu aleyhi wa sallam, antwortete nicht. Das wurde überliefert in Abu Dawud, in Kirmidin und in diversen anderen Märkten. Das war mein Hadith. Und ich würde dir noch eine vorlesen, und zwar... Der Gesandte Ammar, sallallahu aleyhi wa sallam, verbot Maftam. Und Maftam, das ist etwas, das mit rotem Safran gefärbt wurde. So wird das hier erläutert. Und das verbot der Prophet, sallallahu aleyhi wa sallam, laut der Überlieferung. Und praktisch, da gibt es noch was, und zwar würde ich noch gerne einen Hadith vorlesen. Es gibt folgende Gründe, warum Gelehrte sagen, dass Gefahr beruht nicht erlaubt ist. Und zwar hört man, es gibt Gelehrte, die sagen, weil es die Keilung der Gefahr ist. Es gibt die Meinung, ja, weil es der Schmuck der Frauen ist, ja, oder eine Art der Abschreckung, oder eine Art Frauen zu imitieren. Es gibt wirklich diese Meinungen der Gelehrte, oder weil es der Eitelkeit entspringt, und es sich für bescheidene Männer nicht gehört, die Farbe hoch zu tragen. Das ist wirklich alles Meinung der Gelehrte, ja. Damit du 108 mal auch mal weißt, was viele Gelehrte dazu sagen. Es sind wirklich anerkannte Meinungen, ich habe mich da wirklich erkundigt, und war an der Sache dran. Und einen Hadith würde ich noch gerne vorlesen. Und zwar, da nehme ich den da. Genau, der Prophet Salam al-Ala wasser, war von durchschnittlicher Größe, heißt es, und hat einen Schiff. Ich frage, wie immer ein Zeichen darf, ich habe Interesse, ich empfinde Liebe, das ist gut, richtig. Wenn mir etwas wichtig ist, dann forsche ich nach, ich will genau sein. Ich möchte mit wenigen Millimetern einhalten, deswegen jeder Gelehrte, egal welche Position der Propheten hat, wird bis zum Boden auf unsere Gelehrte gehen. Was uns auszeichnet, ist die Gegend von Bissern. Wir sind Muslime. Und der Maser, wir haben den größten Respekt dafür, die würde uns nicht wagen, einen Gelehrten-Schäch zu erinnern. Das ist das Prinzip für uns Muslime. Gehen wir uns auf diese Frage, was sagen denn die Gelehrten, speziell, wenn sie sich damit beschäftigen würden. Die Frage der Farbe Rot ist die Frage der Wahrnehmung, so wie jede andere Frage auch. Wie gehe ich mit der Farbe um? Rot ist eine Farbe, die sticht ins Auge. Rot ist eine Farbe, die ist der Auffallung. Rot ist eine Farbe, sie kann auch sehr elegant sein, eine Frau sehr attraktiv zeigen. Konturen in deinem Körper, die du sonst nicht siehst, und mit Rot wird du sehr, sehr deutlich. In diesem Sinne kann ich uns verstehen, dass es vermögend ist. Die wenigsten Gelehrten sprechen von Haram, weil um eine Sache als Haram zu klassifizieren, braucht es sehr eindeutige. Und nicht nur, dass der Hadith mutawater sein wird und so weiter und so fort. Es muss schon sehr, sehr viele Sachen da sein. Warum? Warum sind die vorsichtig mit Haram? Die Gelehrten, warum sind sie vorsichtig? Und wir erst recht als Schüler des Wissens sind wir doppelt vorsichtig, die Gelehrten sind schon vorsichtig. Warum? Weil wer eine Sache zu Haram macht, oder Haram, schlimmer als Schäf. Wankakulu alallahi, wer über Allah spricht, wie reine Helden, ohne Wissen. Noch schlimmer, das gibt es nicht. Deswegen, die Gelehrten sind vorsichtig, sagen nicht Haram, sie sagen, wankakul. Wir wissen von, ich weiß nicht, ob Seldin der Oma der Oma der Oma der Oma der Oma der Oma der Oma, aber weit ist es waren Berge. Ja, ich bin von einer oder der andere. Wir sehen, dass er die Farbe rot anhatte. Er hat sie bei der Hand genommen. Ich helfe mir. Tut mir leid, meine lieben Brüder, Schwestern, unser Akku von der Kamera war leider leer. Aber wir machen jetzt weiter und knüpfen direkt da an, wo wir aufgewacht haben. Und zwar war es mit der roten Farbe. Der Bruder Ahmad hat uns gerade eine Überlieferung erwähnt. Die Überlieferung von Serena Oma der Oma der Oma der Oma der Oma der Oma. Und einer von beiden war es, wir haben einen Mann in der roten Farbe gesucht. Und er hat ihn zur Ecke gebracht. Er hat zu ihm gesagt, im Privaten, nicht in der Öffentlichkeit großgestellt. Sondern er hat im Privaten gesagt, diese roten Farbe, das ist was für Frauen. Das ist nicht was für Männer. Das ist ein Zeichen für Weitlichkeit und Fluchtbarkeit und was ist es. Also Sündinus, das war die Überlieferung. Und wenn in einem Land die Farbe rot sowas symbolisiert, dann ist es natürlich, wenn einem Mann unangebracht ist, eine Farbe zu tragen. Und wenn wir wissen, es gibt einen Land, der trägt nur eine bestimmte Religion, eine bestimmte Farbe, dann ist es für einen Muslim unangebracht, dass er sich als etwas angibt, was er eigentlich nicht ist. Ob es religiös oder politisch ist, egal in welcher Richtung. Ein Mann verschafft er, er braucht auch nur eine Minderung. Derjenige, der versucht, andere Lage zu haben, gehört zu ihm. Dass wir beachten darauf, dass wir authentisch bleiben, das, was wir selber sind, ähnlich, auch nicht. Ohne zu spielen, ohne uns zu verändern, ohne anderen gefallen zu wollen. Sondern das ist was wir sehen, in dem Moment. Und das ist mit der roten Farbe die Bedingung. Das mit der, was wir gesagt haben, der Safranfarbe. Einige Beländer sagen, dass explizit nur die Safranfarbe, das Rot und das Gelbe davon, dass man das macht, das ist makroo, nicht haram, sondern makroo, aber die anderen, die hergestellt werden, das ist erlaubt. Und auch nur diese grellen wird, wenn es eine dunkelrote Farbe wäre und Abschwächungen wäre oder mit Nüsten vergehen wäre, diese werden alle erlaubt. Auch wenn es um Tourbahn geht, einen roten Tourbahn oder wenn es um einen roten Bad geht, Henna. Alles empfohlen, alles nicht verwohlen. Das heißt, wenn die rote Farbe, sage ich jetzt mal, chemikalisch hergestellt wurde oder anderweitig gefärbt wurde, dann ist das okay in Scham. Sagen wir mal, nicht safran, nicht. Nicht safran, nicht. Wie auch immer, das ist, wir kennen uns beide, die so gut aus mit der Herstellung von Traumat, Chemie und allem. Deswegen, egal wie alles nicht safran, was sie kennen, würde darunter bei den Gedanken gar nicht mehr drin, wenn die Perikation nicht fallen. Und bei Rot und allgemein, wenn es um Tourbahn geht und dein Bad geht und deine Haare geht und das Verben mit Henna geht, das sogar im Tour, wenn ich mich nicht betäusche, Sufjana Tauri, Rahmatullahi, hatte sogar rote Haare. Von Natur aus der Mutter, weil seine Mutter hat ihn zur Nerven geschickt. Wenn ich mich nicht täusche, war ihm an Nerven, Rahmatullahi oder in Sufjana Tauri, eines der großen Giganten in der islamischen Geschichte, rote Haare. Und er hat von der Fachjah, warum hat er rote Haare? Und die Mutter sagte, wenn ich ihn geopfert habe, auf dem Weg Alasa, soll er Kalim werden. Und nach Jahren, nachdem der Sohn an allem geordnet ist, hat er in der Tür seiner Mutter geklopft und hat gesagt, ich bin fast, ich will meine Mutter, ich will sie kommen zurück zurück. Sie hat die Tür nicht aufgemacht. Und er sagt, warum hast du die Tür nicht aufgemacht? Sie hat gesagt, wenn man einmal jemanden auf den Weg Alas geschickt hat, darf man sich nicht mehr zerrichten. Das heißt, wie der Bude Ahmad schon erwähnt hat, natürlich gibt es verschiedene Meinungen, diese Gelehrten sagen, sollen nicht so machen. Und man trifft auch viele Meinungen, wenn man sich damit beschäftigt. Deshalb ist der Wunder Ahmad, da bin ich auch hier, um uns die Meinungen der Gelehrten wiederzugeben. Und wie wir gerade gehört haben, das wäre nämlich eine anknüpfende Frage von mir, wie das ist, wenn man sich die Haare oder die Kopfe, sei das Kopf oder Maathaare, rot in Richtung Orange, sage ich jetzt mal, da gibt es auch viele Brüder, die mit dem Sheen gesehen werden, die das rot gefärbt haben im Maat, aber auch orangelich, sage ich jetzt mal. Und da hast du ja gerade erwähnt, Brüder Ahmad, dass das auch okay ist und aus diversen Überlieferungen bekannt ist. Orange ist nicht rot. Rot ist nicht orange. Richtig. Genau. Und wie du ja schon erwähnt hast, ist das beides okay im Schaum. Wenn wir in Indien gehen, wie wir sind in Indien, bei vielen, vielen Gelehrten ist das orange nicht erlaubt. In Indien. Warum? Weil die muss das trauen. Und dann hat man vielleicht, symbolisiert man was Falsches. Es könnte eine Täuschung sein. Und wir mussten in den Meiden jeden Weg, wo es eine Täuschung gibt. Also es kommt wieder darauf an, die Situation, die wahrstehende und solange die eingehalten sind. Danke denke. Und wir hatten ja vorhin erreden, dass der Prophet Samuel Raphael Xenem jemandem ein rotes Kleidungsstück geschenkt hat, in dem Muster drauf waren, die, ich glaube jetzt, wie war das? Gelb, glaube ich. Die waren gelb, bin ich nicht ganz deutsch. Genau. Auf jeden Fall waren da Muster drauf. Sprich, damit wir das nochmal festhalten oder achten, wenn etwas komplett hoch ist, sage ich jetzt mal, und da sind andere Farben mit Indigen, wie zum Beispiel gelb, grün, schwarz, weiß oder ein Schriftzug, ein Markenname in die Zahl oder sonstiges, dann ist das okay. Wenn es nur ein Markenzeichen ist, das ist kein Grund, so ein kleines Markenzeichen hier an der Seite oder so, das ist zu wenig, aber wenn es wirklich gestreift wäre. Praktisch ein, viele Bilder haben ja, weißt du ja, Adidas zum Beispiel, ein rotes Shirt, sage ich jetzt mal, wo Adidas draufsteht, und zwar wirklich groß über die Post, sage ich jetzt mal. Das wäre okay. Ja, das wäre okay. Und die Sache, ob es mit Safran gefällt, ist nicht mit Safran, und die Kultur spielt keine Rolle. Also im Grunde genommen, die meisten Gelehrte, vor allem die Gelehrten, bei denen ich das gelernt habe, da sind große Gelehrte bei denen, und die zitieren dann wieder die andere große Gelehrte. Und worum geht es dann? Die sagen, es kommt auf den Umstand des Landes an, weil diese Farbe rot eigentlich nicht die Laufangenehmeinheit geworden ist. Wir sind ja nicht mehr sicher. Und wenn Rot an und für sich etwas Schlimmes wäre, so wie zum Beispiel Sinner in seiner Natur etwas Schlechtes ist, wenn Rot in seiner Natur etwas Schlechtes wäre, dann dürftest du auch kein Wagen schlagen. Ja, das kann man gar nicht. Und verstehst du, deswegen ist das in seiner Natur nicht nur der Weg, zu dem es nicht führen kann. Und das ist wie der Ablege mit der Zunft an. Richtig. Gut, dann haben wir das schon mal, dann haben wir das festgehalten. Und um das noch mal zusammenzufassen, der Bruder Ahmad hat es gut erläutert und kann gewinnen, solange etwas nicht mit Safran gefärbt wurde, sei es Rot, ich glaube gelben Safran gibt es ja auch, dann ist das mit Schamladen okay. Richtig? Und auch da gibt es in der Hand, der ich eine Meinung, dass selbst wenn es damit gemacht wird, wenn du den Aram, dass es auch gar nicht gemacht hast, es wäre verfüllt, wenn du in einem Land, wo du das mit Mundus verglichen würdest, in einem Land, wo politisch und so weiter, gegen die Mulu war und solche Sachen. Wenn man damit in der Kultur etwas Schlechtes darstellt. Oder unter einer Frau in den Körper erteilt, werden dann extrem dargestellt. Oder ein Mann, wenn seine Körper kontrollen, die nicht angemessen sind. In diesen ganzen Extrafällen ist es eine Sonderregelung, aber im Allgemeinen würde ich gerne übersprechen. Ist das okay, Schamladen? Also es gibt die Meinung, neben auch der Meinung, die sagt man, du, es gibt sowohl die Meinung und die. Und dann muss man das wissenschaftlich nach islamischem Maßstab erforschen und sagen, okay, was macht dir eigentlich Sinn? Eine letzte Frage, Bruder Ahmad, bevor wir das Video beenden. Und zwar, wer noch, sage ich jetzt mal, das ist jetzt nicht speziell eine Farbe, aber wir würden gerne wissen, was sagt der Islam speziell zu grellen, auffälligen, hellen Farben, wenn sie der Mann oder die Frau praktisch trägt, so etwas wie Neon zum Beispiel, oder etwas, was glitzert, oder wirklich auffällig ist. Ich sage jetzt mal, so ein Knallgelb, kennen Sie bestimmt, oder so ein wirklich sehr helles Bild, wenn die Sonne schon drauf scheint, oder Ahmad, dass das schon reflektiert, ja. Eben diese auffälligen Farben, was sagt der Islam, was sagen die Gelehrten dazu, umdachtern? Sei es Mann oder Frau, weil es ist ja, wie du ja weißt, oder man sieht viele Schwestern, wie zum Beispiel ein knalles Pink als Hijab tragen, oder so glücklich so ein helles Grün, ja. Oder ein sehr helles Gelb. Und ich würde gerne wissen, was sagt der Islam dazu, speziell zu solchen Farben? Wichtig bei solchen Fragen ist immer, man muss eine Sache noch im Kopf haben, und viele denken, wenn ich eine Sache für Haram erkläre, wenn ich sage, die Sache ist Haram, die Sache ist nicht erlaubt, dann sehen sie sehr gottesfürchtig aus. Zum Beispiel, du stellst eine Frage, Bruder, darf ich nicht noch, du hast noch deinen Satz nicht zu Ende geregelt, und ich sage Haram. Und du sagst, von was ist da Haram? Und Haram. Und dann sage ich die Marshala, der ist aber gottesfürchtig. Alles ist bei ihm Haram. Das ist nicht gottesfürchtig. Und ein bisschen zu reden, um alles mit Haram zu bezeichnen, das ist nicht eng, das ist nicht Takwa. Takwa ist, das zu machen, was Allah will. Das zu unterlassen, was Allah will. Das ist Takwa. Wir wollen, wie wir von Takwa gehen. Die kleine Fabeln an und für sich, solange die Absicht ist sehr, sehr wichtig. Wir haben Gelehrte wie Abu Qadr Jilabi, wir haben den großen, großen Gelehrten Ebn Uqayyum, den großen, großen, großen Gelehrten Abu Hamid al-Razali. Sie schreiben alle, wenn es um die Aspekte in der Religion geht, wann wissen wir, wann eine Sünde eine große Sünde ist, und wann eine kleine Sünde ist. Und dann kommen Sie zu einer sehr interessanten Erforschung. Die Frage der Nützlichkeit. Nützlich, nicht nützlich. Die Frage der Absicht. Die Frage, wenn ich eine schlechte Sünde tue, schade ich damit meinem Körper? Jawari, meinen Körper, meinen Körper wieder? Oder traut meine Kerzen? Zum Beispiel, wenn ich eine Frau anschaue, die ich eigentlich nicht anschauen darf, schade ich meinen Kerzen. Wenn ich über jemanden rede, über den ich nicht reden soll, das ist Maasiyatum, das ist eine Maasiyatum, eine Sünde, eine Last auf meinem Herzen. Mein Fuß wird nicht Schmerzen bekommen. Meine Hand fliegt im Gegenteil. Ich verliess die Kontrolle über Hände und Füße, wenn du so etwas machst, wieso geht man erlaubt. Aber dein Herz, dein Herz wird beeinträchtigt. Und dann gibt es einen Sinn, die beeinträchtigt nicht dein Herz von deinem Körper. Die sind, die dein Herz beeinträchtigt, nach dem Lohn ergeben, auf dem Paar der Jelani, und Abouhabi Ghazali, und, 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 Reborn und Lohn, deine Jemalschmerin. Und nach dieser Zeit ist das ein Lohn der Lohn. Dass dein Herz wird, wie sie sagt, mit Farbe, du kriegst erst dann dein Herz, wenn du es tust, damit du von einer Frau gesehen wirst, damit du eine Attraktion, dass du deine Körperteile und die Sexualität anlegst, ob Mann oder Frau, in beide Richtungen. Wenn man sich praktisch zur Schau stellt. Zur Schau stellt. Wenn man, wenn man Prestige macht, Linien macht, wo man, wo man eine Anregung macht, um da aufgefallen zu werden. Wenn man unbedingt das macht, und so weiter. Ich glaube, du weißt, was ich mache. Ja, ich verstehe voll und ganz was du meinst. In diesen Aspekten ist es weder für Mann, noch für die Frau. Für die Frau. Ist es aber grundsätzlich, grundsätzlich, eine helle Farbe zu tragen, die mich glücklich macht. Du weißt, es gibt Farben, die geben mir das Gefühl von Wärme. Richtig. Die geben mir das Gefühl von Sicherheit. Und es gibt Farben, die geben mir das Gefühl von Unsicherheit. Warum soll eine Schwester, die eine Farbe bringt, die sie einfach glücklich macht, die Wärme zu gewinnen. Es klingt ein bisschen freaky, ein bisschen verrückt, aber es ist gar nicht so. Es ist Psychologie. Es ist die Wahrheit. Geh nach Hause und mach deine weiße Wohnungsrat und deine Wohnzimmer. Mach sie mal schwarz. Und zwei Tage, du wirst nicht mehr in die Wohnung reinbringen. Ja, ja, klar. Die Stimme ist, es passt nicht. Ich verstehe. Und wenn du deine Zimmerpartei und orange machst, eine Woche ist sie schön, nach vier Monaten, du kannst in die Zimmer nicht mehr rein gehen. Warum? Das hat einen Einfluss auf dich. Ja. In der Psychologie ist das nicht zu leugnen. Warum ist die Farbe, die Frage der Farbe eine gefährliche Frage, so wie Musik? So wie Musik? Weil es im Unterbewusstsein ist eine Gefühle. Aber nicht nur die Gefühle. Im Unterbewusstsein haben, rede in dich und du hast eine Meinung im Unterbewusstsein. Okay. Und immer wenn es um Unterbewusstsein geht, wird die Frage eine sehr gefährliche Frage, weil du keine Kontrolle darüber hast. Und du merkst es gar nicht, wenn unterbewusstsein automatisch hast du schon eine Meinung. Und dann bist du der Gefahr. Deswegen ist Alkohol-Unterbewusstsein. Du verließ die Kontrolle über dich selbst, ohne es zu merken. Haschisch, Drogen. Du darfst nie deine Kontrolle über dein Acker verlieren. Farbe und Musik sind Sachen in der Psychologie. Du verließ die Kontrolle. Oder du beurteilst ohne zu merken. Unterbewusstsein. Diese Farbwahrnehmung. Deswegen ist die Frage eine sehr wichtige Frage. Eine sehr gute Frage. Und gleichzeitig eine Frage die du beachten musst. Du musst auch überlegen, dass der Prophet so viel über Farben geredet hat. Das ist behiglich. Weil Farben so essentiell sind für dein Leben. Es gibt Firmen, sie zahlen Milliarden für eine Farbe. Und sie erlauben es nicht, dass du die Farbe entdecknimmst. Weil sie sagen, diese Farbe symbolisiert, die Farbe präsentiert uns. Und jetzt finde ich eine Schwester, die die Farbe hat. Marhaba. Wenn diese Legen angehandelt sind. Auf dem Boden. Wenn wir mit dem Boden kontaktlos verlieben. Ja. Das war schon. Von meiner Seite. Ich möchte für den Spruch ich habe zu machen. Das Gespräch auf jeden Fall. Für diese Nachkenntnis. Eine andere Sache, für die ich dir auch danke, ist diese Offenheit, diese schönen Gespräche miteinander machen konnten. Und wir haben auf jeden Fall zu einem Gespräch zu retten gehabt. Und er ist unser Vorbild. Und es hat Margarita 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 Wenn das, was ich gesagt habe, wichtig ist, nur was von der Margarita Margarita und wenn der Hatter ist, ein Fehler ist, ein Fehler ist, ein Fehler, eine Fehlerentscheidung ist, von dem Nachzimmer geschehen. War es von der Übung und das ist nicht richtig. Und deswegen will ich mich noch mal recht herzlich bei dir bedanken, du da vielen Dank für die Zeit, die untergenommen hast, für die erneuten Erlung und an die Geschwister da draußen. Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten, liebe Geschwister. Immer. Wir haben auch Meinungsverschiedenheiten unter einer Art entfunden, sind ein und selben Lehrer. Deswegen machen wir uns damit nicht verrückt, denn Luca Akbar hat uns Meinungen der Gelernten weitergegeben, wie es in dieser Familie ist, ja. Und auch wir beide 200, die besitzt und die sich unterhalten mit dem Margarita und der Anrufe. Wir haben auch Meinungsverschiedenheiten unter einer Art. Vielleicht vertritt der Buder eine Meinung, die ich nicht vertrete und ich vertrete eine Meinung, die mein Buder Ahmad nicht vertritt. Richtig, liebe Geschwister. Und das ist eben der Punkt. Wir respektieren uns, wir lieben uns für Allah und wie gesagt, jeder hat Meinungsverschiedenheiten. In diesem Sinne die ich ganz Erküter auf einmal. Das war's. Schüsse ich haben. Das war's. Was ist das wall, von der Seine. Weißer. Herr Samen. Der Land. Das war's. Wir haben die weil die Inschleuth. Die Adflanz. Sie haben die Die Adflanz. Johanni. 浪fen. Die Adflanz. Die Adflanz.